Nochmal, um weiter deutlich zu machen, es ist zweimal die S auch drin. Das ist ISIS, man schreibt nur die Konsonenten und die SS natürlich. Es kommt alles von hier. Die Schweizer, die hassen Europa und die Europäer und ihre Kinder, die hassen die ganze Welt. Es ist wirklich, die haben ganz Europa zerstört, diese Verbrecher-Nation. Wir sehen hier in der Schweiz, es lebt überall diese Idee. Überall. Ich brauche es fast nicht weiter zu kommentieren. Die Super-Schwitz. Also hier noch immer in Schwitz, da wird es wieder ganz neu gemacht. Das heißt, wir sind hier in Sicherheit, töte uns nicht, unsere Frauen und Kinder sind hier. Sonnenplätzchen, die Sonne-Iroglyfe. Ein Haufen Dreieckchen drin, Architekt, viel Kohle. Da, komische Zeichen. So, und dazwischendurch schimmert nochmal das Dreieck der Freimauer da. Ja, also ganz neu wird das noch gemacht und gepflegt. Das heißt, die Nachkommen, die Nachfahren sind noch da und die tun noch immer das Gleiche. Es ist nicht schön, das Ding hier. Es hat Geld gekostet. Es hat überhaupt keinen Sinn. So viel Aufwand. Außerhalb, man weiß es. Man ist eingeweiht. Und ich hoffe, ihr seid hier eingeweiht jetzt. Ganz neu wird es noch gepflegt. Sehen Sie? Okay, hier im Zentrum, wo den Mord dann ein Europäer angefangen hat mit diesen Templern aus Ägypten, die Pharaonen. Okay. Und hier sind die Banken, denn der Templerschatz haben sie erstmal hier hingebracht. Also Ägypten aus Salomons Tempel in Jerusalem. Da hat die Kirche speziell einen Dreieck drauf gemacht. Ich habe es vorher noch gezeigt. Wir wissen jetzt, der Papst ist der Chef von einem Kinderfickerring. Organisiertes Verbrechen. Und dieses Haus ist ja auch voll. Das ist mal wieder viereckig. Da oben nochmal die Sonne hier rufen. Und diese, die ist ja echt eigenartig. Das ist alles. Die Sonne hier rufen. Zweimal das Dreieck der Freimaurer. Ist echt alt. Echt sehr alt. Sehr speziell. Das ist eine enorm spezielle Ausstrahlung. Das Ding. Und das ist alles hinter dem Haus da von diesen so drei sogenannten Gründungsvätern. Das ist auch wieder viereckig, so wie das Haus nebenan. Da rümmt sehr speziell. Und das ist das Haus der Gründungsväter, die andere Seite da. Ich weiß nicht, was es da noch oben drauf hat. Die Erddomination Krone. Ach so, es reicht jetzt hier. Wir machen das von Redinghaus. Da haben wir diese Obelisken. Hier die Kapelle. Da war eine ältere Einungskapelle. Diese Kapelle ist eine Templer-Kapelle, ohne Zweifel. Das hat eine typische runde Form. Ein bisschen schmaler da am Ende. Und nochmal die drei Schwachen da. Drei Bären. Na, jetzt schneit es einen Moment nicht. Nochmal das Swastika da. Das Hakenkreuz von diesen Schweizer Nazis hier. Dann gehen wir mal rein hier. Das ist eine ganz kleine Kapelle mit einer typischen runden Templer-Kapelle-Form. So wie in Spiez. Die hat es wenige Symbole, muss ich sagen. Ja, das Hakenkreuz ist nicht schlecht. Und da ist natürlich oben die Sonne-Iroglyph in ein bisschen anderer Form wieder. Und nochmal das Hakenkreuz. Das ist ja wichtig für sie, scheint es hier. Da. Sehr wichtig für sie. Oder die zwei Esser. Isis. Ja, was haben wir sonst noch? Ah, das ist alles in den Augen. Ganz klein. Nicht schlecht. Nochmal. Ja, und da nochmal. Und da die Muschel, die Schelle. Also noch immer in der Schweiz, in dieser Templer-Kapelle. Da gibt es einen Bericht von diesen Templern, die sie auch unterschrieben haben. Mit dem Templer-Kreuz. Was dann auch von den Pharaonen kommt, von einer Pyramide. In dieser sieht man es vielleicht weniger gut. Man hat es ein bisschen angepasst. Aber wer das weiß, dem ist es bekannt. Von woher das kommt. Eine ausgeklappte Pyramide. Bei dem Kreuz der Papst oder ein normales Templer-Kreuz. Oder das Bundeswehrkreuz oder das Eisenerkreuz der Wehrmacht. Dann sieht man es viel besser auch. Also ein Bericht der Templer. Unterschrieben von den Templern selber. Hier in der Schweiz. In der Alten. Da ist die Fabrik von Victorinox. Mit dem bekannten Wappenschild da drauf. Von den Templern. Und hier in der Schweiz natürlich. Da nochmal. Früher müssen sie da die Schwerter da herstellen. Für den Templern und die Ritten. Und natürlich die Söldner, die ganz Europa aus Schwyz vor allem terrorisiert haben. Hier war der Sitz. Das war wahrscheinlich hier früher da. Und die Familie von Reding. Und jetzt sind sie bekannt für ihre rostfreie kleine rote Messerchen. Mit den Templer-Schildern da drauf. Das ist noch immer die gleiche Tradition. Das ist die Familie Elsinger. Die haben wahrscheinlich sehr viel Macht hier in der Schweiz. So, das Templerkreuz. Da oben nochmal. Überall. Eine alte Tradition aus den Ritten und ihren Schwerten. Natürlich haben sie dieselbe hergestellt. Das Prinzip, um diese schöne rostfreie Messer zu machen, das haben diese Schweizer wohl irgendwo geklaut. So, wie sie völlig aus Diebstahl und Betrug auf der Rest der Welt parasitärern in dieser Mafia. Also hier sind wir in Könitz bei Bern. Wichtiges Schickimicki-Ding hier. Und hier sind ganz komische Sachen hier im Boden. Die komisch blaue Leuchte am Abend. Das könnte ein ganz guter Scanner sein. Diejenigen, die sich da eine Antigrippe-Impfung machen ließen. Mit einer Chip da drin. Die werden hier gescannt. Und es geht hier eigentlich um die Idee, dass die Idee noch lebt heutzutage. Die Pharaonen sind hier. Jachim und Boaz. Ganz neu gemacht worden. Die Idee lebt. Darum geht es da noch. Es ist nicht tot. Es ist nicht aus einer Zeit. Aus dem 19. Jahrhundert. Es ist nicht aus einer Zeit, dass das modern war oder in war. Da haben wir das Templerkreuz. Und da zwei Pyramiden. Kann Zufall sein, aber ich glaube es eher nicht, wenn die zwei Obelisken schon hier stehen. Es wird gleich Architekt. Und genau hier haben wir dann diese Streifen. Es ist ganz komisch hier. Die Königs ist voll mit solchen Sachen. Es steht noch beim Schloss Königs. Hat es auch noch. Aber wir wissen schon genug. Ich habe keine Lust da hinzulaufen noch. Dann gibt es das Wort Sar. Das heißt König in der Pharaonischsprache. So wie in einem Sarcophag. Das ist eine Kiste, um den König reinzustecken, wenn er tot ist. Das findet man zurück in das Wort Cäsar. Der König vom Rom. Das deutsche Wort Kaiser kommt etymologisch vom Cäsar, Kaiser, Kaiser geworden. Dann gibt es Salazar, der Diktator in Portugal. Nebukadnesa, der König vom Babylon. Die Familie der Tsar, ganz deutlich. Familie Winsar aus England, reine Pharaon. Sarkozy, der König von Frankreich. Das französische Wort Monsieur kommt vom Mont Sire. Und Sire heißt auch Sar, mein König. Sehr höflich. Das englische Wort Sir, Sire. Ja, also hier sind wir in Biel. Überall die Dinge. Da eine, Jachim und Boaz. Diese Dreiecke oben drauf, Freimauerzeichen. Das ist nix da dahinter. Also es ist speziell gemacht, um sich einander zu erkennen. Und da gibt es das Wort Sar, das heißt König auf Pharaonisch. So wie in einem Sarcophag. Das ist eine Kiste, um den König reinzustecken, wenn er tot ist. Das findet man zurück in das Wort Cäsar, der König vom Rom. Das deutsche Wort Kaiser kommt etymologisch vom Cäsar, Cäsar, Kaiser geworden. Die Familie der Zar ist ja deutlich, dass es vom Sar kommt. Es gibt auch Zara, Sar-ah. Das ist die Königin Mutter der Juden. Oder der Pharaone, lieber gesagt. Sar ist König. Ah ist schwanger oder groß. Die hat die ganze Königslinie geschwangert. Wahrscheinlich symbolisch. Dann gibt es Nebukadne Sar, der König von Babylon. Es gibt Salazar, die schreckliche Diktator in Portugal. Es gibt Sarkozy, der König von Frankreich. Der kommt von einer Königslinie aus Ungarn. Der hat kein Tropfen Franzosenblut, der da. Dann gibt es das Wort Monsieur, das kommt von Montsire. Und Sire heißt auch Sar. Also das ist sehr höflich. Hallo mein König, Sie sind sehr groß. Jetzt sagt man Respekt. Dann gibt es die Familie Windsor, reine Pharaone. Sie regieren nie. Die Beweise sind da in den Gebäuden, in den Symbolen, in der Sprache überall. Ah ja, das habe ich vorher nicht gesehen. Es gibt da noch irgendwie ganz versteckte Sonne hier auch geliefert. Auf eine ganz versteckte Art. Das habe ich noch nie so gesehen. Tja, hier in Biel. Arthus, naja, klar. Also Biel ist voll. Da auch noch. Biel ist echt ganz voll. Und was sehen wir da? Ja, hier ist das die Präfektur in Biel. Wie heißt das? Stadthalter ist hier. Ja, zwei Obelisken. Noch ein Obelisk. Freimaurer Dreieck. Na, hier hat das alles. Amtshaus. Ja, genau. Nennen Sie das. Hier ist voll. Da, Polizei. Tja. Und das Tier. Das Tier hatte sieben Hörner. Steht in der Offenbarung. Und zehn Und zehn Köpfe. Ne, das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Die Schweizer, die haben sieben Köpfe und sieben Bundesräte, die regieren. Und zehn Amte, die sie unter sich verteilen. Tja, also die Schweiz ist das Tier. Die ganze Europa kaputt gemacht haben. Mit ihren Söldnern. Mit ihren Banken. Die haben alle Kriege finanziert. Und noch, das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Sieben Bundesräte, die sieben, die zehn Ämter unter sich verteilen. Und übrigens, die 11. September, das ist der allerhöchste Opfertag der Pharaone. Der heißt Enkutatatsch. 9-11. Zwei Obelisken. Yachim. Und hier neben Arthus, also gegenüber vom Amtshaus. Amtshaus in Biel, sieht man auch noch überall das Templerkreuz. Da eine und da eine. Also Biel ist voll. Wirklich voll, voll, voll. Es sind alles die gleiche. Ja, da sehen wir noch das Amtshaus da mit der Obelisk. Ist es Yachim oder ist es Boaz. Also hier in Biel ist die Kirche. Und der ist voll mit Obelisken. Da zwei. Alles Pharaonesache hier. Voll mit Obelisken. Und da noch einer da. Und da oben ist Obelisk mit Erddomination, mit der Balda da drauf. Also da, da und auch noch da. Das ist unglaublich. Die Priester von Amun. Und da schauen wir hier auf die andere Seite. Da der Graal. Da weiter ist ein Museum mit Sonne-Jeroglyph überall drauf. Man sieht das nicht so von hier. Gebäude gegenüber ist auch irgendwelches Museum. Und da die Sonne-Jeroglypha. Da. Da.